Dann viel Spaß. Danke, gute Weiterfahrt. Danke. Er sagt Spaß. Er sagt Spaß. Hast du gehört, er hat Spaß gesagt. Faub bitte ordentlich. Wir müssen hier nichts beweisen. Denkt dran, wir müssen nichts beweisen. Wir machen das, das ist ein Sicherheitsdreh. Wir schleudern. Steffen. Hast du das gemerkt? Habe ich so Ding umgefahren? Ja. Steffen, der bremst. So, wir warten jetzt auf unseren Start. Es geht um eine Vollbremsung bei 50 kmh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh die... Da holt man sich dann auch die Zustimmung der Beifahrerin. Haben wir gut gemacht, oder? Alles gut? Steffen! 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 Mann! Was soll denn die Scheiße? Ihr habt gesagt Vollbremsung. Hätte ich das gewusst. Ich glaube, der wollte ein bisschen schneller. Nein, nein. Ist doch scheißegal. Vollbremsung ist Vollbremsung. Wir haben nicht so einen langen Bremsweg. Mach mal bitte langsam. Mich ziepst. Ah! 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 Eine kotze Tüte hast du neben dem Auto. Ah! 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 Hast du das gehört? Gut gemacht! Wer hatte die Idee? Wer hatte die Idee dazu? Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte an dieser Stelle aussteigen. Ich könnte wenig floppen.